Gebums Was willst du? Da hinten ist noch einer Warte da rechts Leben hätt ich gerne ja Ja dann Fuck tot Nein tot Fuck die sind da alleine Ah die müssen sich jetzt mal eingraben Scheiße einer hat überlebt Ja wir müssen zum Ach fuck ich Ich lauf erstmal wieder zum Gegner Ja wir machen das Ah fuck ich Wollte ich grad töten weil ich dachte du wärst Mein Gegner aber Weil ich immer so drauf fixiert bin Dass ich grün töten muss Ja aber was weißt du Wir müssen mal da frei irgendwie bauen So dass Hier hab ich schon wieder da Ficken Äh Ja ich weiß aber nicht von wo ich war einfach auch einmal tot Nur schlecht Ah da hinten der Uta Aber ich hab ihn getroffen aber nicht getötet Hitmarker wäre eigentlich auch nicht schlecht oder Ich hab ihn nur nicht getötet wollte ich nochmal so anmerken Ja Das war nicht so schwer Ja ich hab ihn schon mal getroffen Also wenns der der Den ich denke Also der der dich getötet hat Den hab ich getötet Ich hab niemanden getötet Äh der hat mich nicht getötet Achso Hier war grad einer Hä what the fuck Da hinten Uuuu Na Na Ja die sterben alle immer so leicht Und ich sterb auch immer so leicht Ja Und sterb so leicht Ja das ist unglaublich Äh So ein bisschen Musik hätte hier sein können Oder so es ist sehr leise Aber Gar keine Musik Ein Dubstep Ja weil du deine Musik ausgestellt hast Nein ich hab sie wieder eingestellt Guck mal hier Einstellung Musik ist auf Nicht voller Lautstärke Ne das machst du Hier Jetzt ist Musik auf voller Lautstärke Oh Unser Dings ist Wir haben den Tasch Äh wir haben den Koffer Ja Bock mich eigentlich nicht so recht Oder unten ist einer Oh fuck Wir werden wieder angegriffen Einer hat Hat er den Fuck 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 Ja Ne das ist ein Test Okay das ist gut Nach 10 Sekunden die Sponsor 16 15 14 13 12 11 Jetzt haben wir den Tunnel zu sich rübergegraben Ja das muss kacken müssen wir wieder zuschaufeln Nein wir können den einfach benutzen Nicht so Ja Ja aber dann können die immer von unten kommen Ja und wir auch Fuck Heidi von ganz hinten Keine Ahnung Muss man grad mal durchgehen Scheiße Ey Mein Aim ist grad so behindert Kacke Voll am Arsch Na 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 Ah Ah hier haben getötet Ist die Dings ja wie Okay Ey scheiße da ist einer schon wieder Ja und ich sterb erstmal Wir haben ne Kater Du musst ihn ja du musst ihn aufhalten Weil ich schlepp nicht Ja ich bin tot Ey ich wollte mich doch alle haben Danke Wo ist der Koffer? Da Unterirdisch Ja ey Ich hab ihn Ich hab ihn getötet Aber der ist immer noch da Oh verarsche wie viel Jetzt jetzt hat er Ja Da waren vier Leute oder so Ne Ähm Wie kacke ist die Spitzhacke denn bitte? Das ist aber blau, oder? Ey Nein, aus Johnny, die Spitzhacke ist kacke Ehrlich Kannst du nur zum töten benutzen Und dazu ist sie auch scheiße Ach, äh, das Tackle jetzt Play wenn das nicht schon oben ist Hat Hat es Verspätung wahrscheinlich, ein bisschen Äh, wir haben es nicht angekündigt Deswegen Doch, wir haben es nicht angekündigt Haben wir es nicht angekündigt? Sicher? Ja Wir haben nicht gesagt, wann wir es hochladen Wir haben nur gesagt, dass wir es hochladen Ja, okay, aber trotzdem Also, kannst keine Verspätung haben Genauso wie das andere Let's Play Verspätung haben wird Das hatte ich aber angekündigt Das wird im Endeffekt Verspätung von Zu viel werden Ähm, so Nach Ace of Spades wird's angefangen Dann Wahrscheinlich noch später, weil dann wird erstmal Mario Sunshine Und dann wird erstmal der Tag des Tentakels Und Und dann wird Anno Also, ich weiß schon, was alles kommen wird Und dann muss ich mich mal überraschen lassen Ähm Ach, ich bin blau Fuck Du bist nicht blau Ich bin grün Ach ja, okay, dann Alles gefällt Alter, dieser Scheiß Tunnel Habe ich schon einen kassierten, oder? Nein, nein, aber Ich bin gerade leiser geworden Nein, also nicht unbedingt so, dass ich gemerkt habe Ich bräuchte irgendwie mal ein Programm, das irgendwie meine Dings immer Automatisch nachregelt Wie weiß geil Boah, die über ihre Scheiß Schrot oder was weiß ich was sie da haben Ah, ja, eine Schrotflinte Fuck Boah, wie krass Ah, fuck Right between the eyes Right between the eyes Das sagt der Typ immer In Grad spiel ich wieder besser Äh, haben die unseren Koffer, oder wie haben die ihren Koffer? Ach, da ist der Tunnel-Tunnel-Eingang Wo? Ich hab den Tunnel-Eingang gefunden Und du Wo ist denn der? Ähm Fuck Sag's auf der Map einfach Ähm Wo bin ich denn ungefähr? Du siehst doch Diesen Fluss, oder? Ja, da bin ich Ich glaube in der Mitte da Irgendwo Nach links oder rechts ist ein Eingang Ich hab nicht richtig drauf geachtet Wo das war Ich hab einen ausgehoben, ne? Einen Tunnel-Eingang Ja 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 Fick dich Fick dich noch mehr Du kannst dich zielen Ich kann noch weniger zielen Und ich hab dich getötet Mich? Ne Den Gegner Ich hab mit dem Gegner gesprochen Boah, jetzt ist er in den Ey, wir haben zwei Egal Ja, ich weiß Wieso verschwinden die alle in den einen Eingang? Ich wollte nur mal sagen Der Tunnel-Eingang ist, ähm Bei deren Base Dann bin ich hier im anderen Eingang Ah Okay, haben getötet Das muss ich noch hier rausfinden Oh, da hin Oh, da ist schon tot Ach, den hat der da abgemopft Und ich bin auch dort Wie solltest du das anders sein? Renn mal zu deren Base, geh in den Tunnel-Eingang und helf mir Ja, okay Ich muss erst mal spawnen Aber du bist eigentlich nur so Wie Ach, fuck Äh, wie Punkt hast du? 16 Du hast echt 6 Ach, da ist das Wieso bin ich Ja, ja, war klar Sorry Ich bin beim Gegner gespawnt Ne, ich bin bei uns gespawnt Ich sag doch, ich verwechsel das die ganze Zeit Weil Wir gehen jetzt zusammen da rein Ich bin Wir treffen uns Ja, wo bist du denn? Ich bin hier Wo? Bist du das? Meine Ahnung Ne Ich bin E3 E3 Da ist jemand Ach, da bist du Du bist auf dem Feld Ich bin F3 Ich bin nicht auf dem Feld Warte Hier, es müsste auch irgendeiner sein Ja, ich hab Ich hab dich grad gefunden Ja, ich hab den Abgeschossen, aber nicht getroffen Ich hab ihn getötet Willst du schon wieder Respawnt? Ja, gerade Ich bin Warte, ich muss ihn auch töten Den einen Ja, ich komm jetzt zu dir Okay Ja, ich war also da Wo du gestorben bist Aber Achtung Da ist irgendwo einer Äh, jetzt gar Ey, Facebook Wollte ich mich doch alle verarschen So Ja, ich bin hier Erstmal Facebook Wieder geschlossen Ich werd mir mal ein paar Regeln setzen Was ich Bevor Hallo Johnny Bist du das? Komm her Ja, sorry Erstmal wieder nachladen Lad nach Okay, halt nachklären Wir haben noch zwei Minuten Denkst, das packen wir Rechts, links ist einer Hier ist auch einer direkt vor mir Die meinte ich ja Wo ist denn? Der hat einen Land, den wir gelegt Ah Dann schießt drauf, dann geht die weg Okay So Okay Okay, alles zu deren Spawn Wir haben noch eine Minute Scheiße, ich bin schaum Ja Aha, fuck Ey, aber eine hat, eine hat die Sag mal, hast du eigentlich eben ne Box dahin gemacht Oder hast du so viele Kills? Ich hab so viel Kills Das ist aber Ähm Nicht wirklich viel Sonst hab ich immer so 30 Ja, weil du ein Team-Dead-Match spielst Ja, okay Das stimmt Außerdem war ich grad schlecht Du hast ja grad gestorben Einer von uns, oder? Noch eine Minute, wo bist du nun? Hörst du jetzt diese Kack-Musik? Mhm Bei mir ist hier irgendwie nicht Ich bin bei unserem Spawn Ja, äh, ich bin der Typ, der in F5 fockt Und Das ist schön für den Typen in F5 Also für mich Und gegen grad so'n Loop ankämpfe Der nicht sterben möchte Okay, der ist gestorben Jetzt komm jetzt her Sag mal, ich bin im Tunnel Die Tunnel sind aber angelegt, ne? Ja, angelegt Also die Das kann nicht Von sich aus Das kann nicht ein Mensch gemacht haben Nicht so Ich lauf jetzt einfach Wieso? Weil die dafür viel zu komplex sind Ja Das sind ganze Katakomben Dann reden wir, glaub ich, von anderen Tunneln Nein, das sind so Tausende Tunnel Weil die sind eigentlich ziemlich einfach zu machen Ich geh durch den Tunnel wieder zurück Es ist vorbei Achso, ich hab Nein, ich hatte das Ding grad Mit 5 gewinnt man automatisch? Ja Okay, das war für Folge 4 4 Ja Ja, das Und, äh, Hauptmenü Ja, bis zu Ende Und nie wieder anschließen Äh, anmachen Äh, wir müssen noch ein paar Mal Das Nein, wahrscheinlich für Folge 5 war das sogar Das oder auch nicht Ihr werdet zu sehen Tschüss Die anderen sind alle offline, oder? Ne, also tschüss Das ist ja, wir müssen noch ein paar Mal Das ist ja, wir müssen noch ein paar Mal